Hi, wir sind hier aus der Cash Studio, das ist Kelly hier. Hi Kelly! Hi, hi! Wenn ich in Overlight TV, da weißt du gleich viel mehr auf der Landtag. Was machst du nur so als Drag-Bee? Als Drag-Bee ich mache vieles. Ich modelliere Veranstaltungen, Events, ich singe live, ich tanze, ich mache Fotografie. Ich organisiere auch Events oftmals. Und außerdem Drag-Bee, ich mache mal oftmals viele Leute glauben, dass ich nur nachts bin. Ich bin kein Vampir. Ich habe auch jeden Tagsüber. Was machst du sonst wieder? Tagsüber. Ich schlafe nicht nur in einer Veranstaltung. Ich unterrichte in einer Musicalschule in Frankfurt. Tanz und Schauspiel, das macht mir total Spaß. Und außerdem Diva, ich singe nur in zwei Bands. Eine brasilianische Musikband und eine Jazzband. Ich bin sehr beschäftigt. Aber immer etwas mit Funktion. Weil ich liebe auf der Bühne zu sein. Das habe ich zeitlich immer gemacht. Und ja, das mache ich gerne. Das möchte ich politisch nicht. Wie alt sind die Leute und das haben ich davon? Weißen Sie verkehren? Ein verkehren? Das ist total toll. Ich kann nicht so mit Absatz sagen. Jede sind ganz jung. Sie sind alle oder schwul? Nochmal. Sie sind alle oder schwul? Sie sind alle Kinder. Wer weiß, das kommt immer mal. Sie sind sehr jung. Sie sind von elf bis 18. Nein, noch junger. Von fünf bis 18 Jahre alt. Und die sind toll. Ich habe 25 Kinder hier in der Woche. Die singen, tanzen und schauspielen. Und ich liebe den alles. Und die wurden nicht raus. Sie sind nicht raus. Aber es funktioniert wirklich sehr gut. Es ist interessant, was für die Kinder zu erklären. Und ansonsten... Dankeschön für das Interview nochmal. Vielen Dank!